Ich hab mal eine Frage an euch. Wer hat dieses Jahr Geburtstag? Ich auch, dann müssen wir Kuchen backen. Los! Und was brauchen wir für einen Kuchen? Eier, Milch, Zucker, Kakao und eine große Schüssel. Und natürlich Mehl. Das gibt Yannick in die Schüssel. Toll sieht das aus. Wie Schnee, der vom Himmel fällt. Luisa und Nikolas geben die Eier dazu. Da muss man nur aufpassen, dass die Schale nicht in die Schüssel fällt. Und noch ein Ei ist dabei. Das öffnet Elisa. Flupp. Emma gibt den Zucker dazu. Noch ein bisschen Milch. Und viel Kakao. Soll ja ein Schokokuchen werden. Jetzt noch umrühren. Ja, das dauert ein bisschen. So, wollt ihr schon den Kuchen ab? Achtung, jetzt für euch. Ja. Kuchen, Kuchen, da wieder. Den Teig in die Form füllen. Gut auskratzen. Und ab in den Ofen damit. Kuchen, 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 Kuchen. Achtung, für euch. Der Kuchen. Lecker. Jetzt noch schön viel Puderzucker drüber. Und fertig ist er. Unser. Hasen Elefanten-Schokokuchen Lecker!